KOMM NU DEM HÄLL UNT LUT DOT NICHT HOCH HEU AF SIN WURT DIN WIESDONS DEN WEICH EN ONSEM MÄN STETT HEU OLI DACH LEUF DULI CHRAUT HOCH KOMM HEARLICH HEARLICH WO WI TRAFENCHEN WON ONS HOT WOT RÄNT VON SIN WI ZÄN WON DI FILL SOMM LÄNEM HIMMEL BÄN JESUS MIN HERA KOMM KOMM TOR I TÄNER HIR ZIHNE STÄN LUT DIT OTT HÄLL UNT FRÄLLICH SÄN MÄT DINEN WEHNEN KREU JESUS NÄN LEUF DULI CHRAUT HOCH KOMM HEARLICH HEARLICH WO WI TRAFENCHEN WON ONS HOT WOT RÄNT VON SIN WI ZÄN WON DI FILL SOMM LÄNEM HIMMEL BÄN JESUS MIN HERA KOMM DEN GÄN MÄN HÄLLI CHRAUT HOCH KOMM HEARLICH HEARLICH WO WI TRAFENCHEN WI ZÄN MÄN HÄLLI CHRAUT HOCH KOMM HEARLICH HEARLICH WO WI TRAFENCHEN WON ONS HOT WOT RÄNT VON SIN WI ZÄN WON DI FILL SOMM LÄNEM HIMMEL BÄN JESUS MIN HERA KOMM HEARLICH HEARLICH WO WI TRAFENCHEN WON ONS HOT WOT RÄNT VON SIN WI ZÄN WON DI FILL SOMM LÄNEM HIMMEL BÄN JESUS MIN HERA KOMM CHILDREN OF THE LIVING GOD CHILDREN OF THE LIVING GOD CHILDREN OF THE LIVING GOD COME AND SING, SING OUT LOUD CHILDREN OF THE LIVING GOD SING TO THE LIVING GOD SING OF THE WONDERS HE HAS MADE BURDENED FLIGHT, FALLING RAIN SING OF THE WONDERS HE HAS MADE SING TO THE LIVING GOD HOW HE LOVES US WITH GREAT LOVE HE WHO SITS ENTHRONED ABOVE FOR OUR LIVES HE SPILLED HIS BLOOD SENT HIS SPIRIT LIKE A FLOW CHILDREN OF THE LIVING GOD SING TO THE LIVING GOD SING OF HIS GENTLE HEALING HANDS HOW THEY FOUND THE LOWLIEST MAN SING OF HIS GENTLE HEALING HANDS SING TO THE LIVING GOD SING OF THE MERCY THAT HE GIVES SING OF THE LIVING GOD SING OF HIS GENTLE HEALING HANDS SING OF HIS GENTLE HEALING HANDS SING OF HIS GENTLE HEALING HANDS SING TO THE LIVING GOD Sing for the morning when he comes, in the clouds, glorious sun. Sing for the morning when he comes, sing to the living God. How he loves us with great love, he who sits enthroned above. For our lives he spilled his blood, sent his spirit like a flood. Children of the living God, sing to the living God. Can you turn your tools on? Sing for the morning when he comes, sing to the living God. Sing for the morning when he comes, sing to the living God. Wohl ist für mich, Herr, den Herr, und Wohl ist jeweilig, Herr. Wohl ist jeweilig, Herr, nur Jesus, ich treu mich, weil ich Herrn verdient. Von der Welt war ich für jeden, denn mir ist auch so sexy. Wohl ist jeweilig, Herr, wohl ist jeweilig, Herr, wohl ist für mich, Herr, und Wohl ist jeweilig, Herr. Wohl ist jeweilig, Herr, und 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 Wohl ist Alles für mein Herr in hell und alles für mein Herr in hell und alles für mein Herr in hell. Alles für mein Herr in hell und alles für mein Herr in hell und alles für mein Herr in hell. Es ist scheinbar, wenn wir das hier, hier und wo wir all our top singen. So, danke schön für Matt singen. Hen, wir freuen uns, dass du hier bist, Van Deel, die Botschaft zu bringen. Möcht Gott die Sehne. Danke. Guten Morgen, es ist auch von meiner Sicht. Ich freue mich, dass wir hier sein und hier mit Van Deel das ist ein längerer Titel, was wir nicht sind hier, so wir freuen uns, dass wir Van Deel können, die Gelegenheit haben und hier mit uns sind Van Deel. Da ich diesen Vermehrach und Gott sie in Wunden entgegen zu essen sehen, ihr warst hier zu sein. Ich hoffe, ihr Leute zu sehen. Wir sind ein paar Jahre wirklich sehr wichtig geworden, dass wir das hier drauf kommen und mit Leuten Gott lieben und preisen. so, für mich ist das immer ein Sehen, weil wir können singen, weil wir können Gott lieben, das Leute. Wir merken dort ruhig, weil wir können so taub singen. Besonders lässt es die Leute, wo es direkt bei meiner Botschaft ist. So, wir wollen da, wo er uns Gott anzufüllen, führen, da ich, da das Taubhausen, da, wenn wir, wo das Reut merken, und da das alle so taub stemmen, da. So, wir sind von der nächsten Sehne. Ich komme aus meiner Früh, wir sind hier, wir haben drei Kinder, uns Jungen in Alberta, und unsere zwei Milliarden, sind hier auch in Mexiko, der gerade der Trollhau in der Oasis und die jüngste aus Tüß. So, wir freuen uns, hier zu sein. Wir haben die Warnfläche hier getan, wie in der Sehne, die ich dort schockt bin. Wir haben einen Stolz mit Tadon gehört, und wir haben den März November, wo wir uns in unser Niedgebiet nennen. So, wir freuen uns, dass wir uns dort verbringen können. Wir sind von der Oasis in unser Niedgebiet. Wenn wir einen Tag bei der Sehne, wenn wir uns dort besiegen, wir haben genug Ruhm für Jahres. So, wir sind froh, dass wir dort haben können, dass wir das Niedgebiet vor uns merken, und wie wir das Niedgebiet sind. Wir haben Gott von dir auch uns in Gedanken nennen zu bringen, uns auf den Herrn verlaten. Wenn wir uns denken, wir haben ein Niedgebiet aufgefangen, wir sind acht Jahre, oder der achte Tag, wo wir 23 von dir nehmen können. Und wir nehmen uns meist immer Dinge fair, wenn wir das Niedgebiet anfangen. vielmals, Dove. Wir sagen uns, das Jahr war ich, das Jahr war ich, meine hier Spann und verschiedene andere Dinge, woran wir uns fair nehmen. Vielmals waren wir nicht das Jahr anfangen. Ich weiß nicht, was dein Traum ist. Du warst das Jahr, wenn du hast, die anfangen zu träumen, was du hast getan, im Jahr 2023. Wir müssen uns an den Gedanken nachnehmen, uns auf den Herrn zu verlaten. Wir haben nicht mehr Eingehungen an das Leben. Und dann glaube ich, wo wir Dinge fair schaffen. Wenn es viel besser ist, wenn wir bloß selbst plüten haben. Und da möchte ich ans Wort Farschen lesen, was ich möchte betrachten, oder am besten Gedanken, wenn ich zurücknehme, was wir fangen, spreche ich drei. Farschfiefpartien möchte ich uns lesen, und du besonders falsch fiefst und sahst, wo ich da betone. Dort sage ich, du verludt dich ab den Herrn mit dein ganzes Wort und verludt dich nicht ab dein eigenes Verstand. Denk an ihm und alles, was du daß. Und hei wird dir den Reichen weichwiesen. Halt dich nicht selbst für weich, verhäßt den Herrn und bleib weich von was Schleiches. Dort wird für deinen Körper gesund sein und wird deine Knirkes stark hält. Ihr dem Herrn mit Wort du hast ein Abfall an das erste Port von all deine Ähnung. Dann wurden deine Speckjahrs voll und deine Windkröcken wurden immer ran. Aber so wie du. Wer will uns noch einmal hoppen in dem Gebet? Ziemlicher Führer, wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir für diese Gemeinschaft, was wir können haben. Herr, ich freue mich, wenn wir in deinen Wunnen kicken, musst du uns aufmerken, musst du uns reinmerken, möchtest du uns jetzt uns bloß begleiten hier von dir in dieser nächsten Stunde, Herr. Ich freue mich, um deinen Segen. Amen. Amen. Fehlbein, was wir können an uns Leben anwenden. Ammer war er kommt da drauf an, dass wir uns an uns eigenes Verstand verlassen haben. Dass wir Dinge ploen, und wir vergeten den Herrn anzuladen, amt der Freude, und das hei wird den ersten Platz an uns drüben haben. Das ammer war er neidig, uns an den Herrn zu verlaten. So viel was angeht von der eigenen Welt, brauchen wir, dass wir uns an den Herrn verlaten, amt der das schaffen hat. Amt der Dinge schaffen dann, was wir ploen dann, und was wir träumen dann. So mein Gebet ist, wenn wir an diese Gedanken nehmen, dass wir können eine Maut kriegen, an 20, 23, Dinge zu ploen, in Fährerreich zu gehen. An uns persönliche Leben, an uns kregen Leben, wo immer wieder Dinge ploen und träumen da. Ich möchte das bloß mit den Herrn zu ploen, denn das wird das Reich führen. Mit diesen Gedanken möchte ich eine Geschichte betrachten, was wir den ersten König fingen, von dem König Salomon. Der König Salomon kriegt einmal eine Gelegenheit. Weil er als König nicht gesagt wird, dann kriegt er eine Gelegenheit, sich zu wünschen. Er könnte sich wünschen, was er wünschen, zu tun. Gott kam im Traum noch an, und er sehr an, wünscht die wird die was in equity hat geben. Ich weiß nicht, wie würden denken, dass wir nicht so wünschen, zu haben. Wenn Gott noch kommt, er würde uns sagen, wünscht die was immer die was in equity hat geben. was wünschen, wenn wir von der können ein Wünsch haben, was garantiert passieren wird, was ganz für sich passieren wird, was wird dienen mein Wünsch von der sein. Oder denken wir gleich viel mal zu an. Oder haben wir euch wünschen, was wir uns wünschen dann. König Salomon hat gekriegt das gelegen hat. Sie können sich wünschen, wenn wir 20 23 anfangen, hat sie mir sicher wie wir haben von denen wir träumt, was wir wollen das Jahr. Wir haben uns Dinge gewünscht, was wir können erreichen das Jahr. So that's was das Geschichte ist, wo König Salomon König ein Wenschen was garantiert passieren wird. Erste König 3 5 do fing wir dort der Herr erschien dessen Salomon ein Traum den Nach in Gott sehr bär wo ich die geben soll. Freuna dort freuna wo immer du was wo ich die geben soll. Nun sei wie du in Versaas und wieder du red Salomon Salomon red 3 Gott und er sagt Gott wo Gott du best warst zu mein Fuhrer David du hast mein Fuhrer David deine Grote und Trüe Leif gewesen und den hat die Trüe Dein Deir und nun lässt du sehen Salomon auf dessen Tron regieren so jung und er weiß noch nicht wo das große Volk regieren und sie hier merken das Volk was du gewählt hast sagt du zu Gott und ich weiß nicht wo das Volk regieren und vernehmen wenn wir die Kicken dann du kommt Salomon sein Wensch riet er sagt du Gott so wolltest du deinen Knecht geben ein gehorsames Herz dort wie Salomon sein Wensch dort Gott ihm wird ein gehorsames Hort geben wo du viel an das gehorsame Hort dort können das Volk reich reichen ein Reich wiesen wo du Gott und wo du schlag hast er sagt du wer kann das Marche Volk reichen so er wüns ein gehorsame hort was wird passieren wenn unsere Regierung sich von dem wird so ein Wensch wünschen ein gehorsame Hort an das Volk reichen regieren und wir gucken von dir in der Welt und Regierungen da proben viel Dollar mit ihrem Verstand zu regieren nicht so vielleicht sind die Regierungen wirklich nur Gott will und Freuen über die Mehrheit wird nur irgend Wensch wenn du hast so viel an in der Welt so viele Dinge wird die Regierung freigeben was du nicht soll ich will ich will euch nur die Regierung sondern ich möchte dass wir uns persönlich freuen was mein Wensch an Jahr 2023 ich ein Gefallen ein Verlangen ein Hort kriegen was Gott Gefallen hat und wenn wir gucken in diese Farsen und Erster König Fars Tieren du willst Salomon sich das Wensch gewennt ein Gehorsam Hort dann sag dir du und verstehen dort gefällt den Herrn wohl dort Salomon am Sohn Bernd 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 und Gott seht du an willst du solches Bittes und Bittes nicht um langes Leben noch um Reichtum noch um deine feine Seele sondern um Verstand gerecht zu hören Du wein 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 am Ditt Bernd des nicht um langes Leben nicht um Reichtum nicht um dort deine Fein wollen sondern um ein Gehorsam Hort Vers 12 sagst hey kik so hab ich geduhen nur deine Wiednung Ich hatte ein Wäset und Verständigt Hort gejebt Söhnt aus nach Goy Eier Gewaß das in euch nicht Luther wird sein sag Gott du Salomon Gott gefällt Dessen Wensch wird Salomon du Hör Hau Gott in Gefallen und Dien Wensch von dir was dir Wensch des Auf Garten gefallen in Dien Traum was du hast durch das Jahr zu gehen Kon Dien Traum sehen und du nach viel mehr Nacht aus was du gefragt hast ab Vers 13 sagst du das was du nicht gebeten hast habe ich dir auch gegeben So Salomon frisch am ein verstand hat am ein hort wo du abrecht dich wir dann seht Gott am dort wo du nicht gebet hast nicht gefragt hast wo ich dir auch geben dann sagt er wo er an was geben er sagt er wird sowohl rekt als ihr so dass unter Königs zu seiner Zeit noch kömmel eier gewaß das so ein rekt wird er Salomon geben Salomon früchte noch über Gott jaufe am dort du tu willst Salomon früchte noch abbrechen ho als du nicht ein großes versprechen ein wundervolles versprechen was Salomon kriegt er wie für eine schwierige abgau für ein großes Volk zu regieren und er weiß nicht wo er regieren weil er wie jung aner vor und fragt er Gott nur ein wäset verständ hat und Gott jäft am du nach viel mehr du tau heute frag ich nur was wir würden vielleicht können sagen nur was bitte gewöhnt jetzt nur was einer viel muss gleich würde sie denken was er würde nur freund schenk mir ein Hort dort ab deine Stamm hier und das du mit den Volk kann leiden reich zu leiden was es dienen mein wänt für ans leben von dir das jahr hin auch wieder auch wenn ich was dir in Gedanken geht oder was du gewünscht hast aber wir sein von dir viel Menschen wenschen sich Geld die Menschen sie haben meine Geld ist für ihr sie wünschen das wird mal normal sein die Grenze wird mal auf gehen in verschiedene andere Dinge was Menschen wünschen dann was ist dein Wens von dir ab was verlud wir uns verlud wir uns ab uns ein verstand und aber verlud wir uns ab den Herren wir wollten den ja plan wir wollten hier an uns denken anfangen an zu träumen über wer wir nicht verjetten den Herren besonders den ersten Platz zu geben uns ab am zu verluden und alle Momente von uns leben viel kommen wir ab den Punkt an uns ab den Herren zu verluden wenn wir ein schwore Ding haben zu beginnen vielmals kommen wir nach hören wenn wir erkrankt sind wenn wir trübelst sind und da bei einer Kirche kommen wir nach hören und das soll auch so sein das ganz am Platz wenn wir das tun aber das soll nicht gewagt werden was das du hast sondern wir sollen auch an unser Gesünde an unser Maut Gedeau den Herren den ersten Platz geben wenn uns das schein geht wenn wir so sein alles haben was uns fehlt so wie auch den Herren freund nur den ersten Platz an das Leben wenn wir gucken nach eine Geschichte was wir fangen von Daniel er verlet sich auf den Herren er verlet sich auf den Herren wenn das Geld geht an sein Leben er wird höre sein bei der Regierung er wird eurer Stalt in König sein Haus und wir können sein am Ging der Gaut er hört so zu sein alles was am fehlt und danach sei wir in seinem Leben er hört dort Klo dort Gott wie sein erster Platz im Leben und die Männer haben mit am taub schaff und ihr fall doch euch wot von er folgt das Daniel hat und sie kamen taub und sie hatten Rotschloss wo sie dort wollen tun dass Daniel würden können zu ziehen bringen oder ein bringen wieder rauf bringen und sie haben das Rotschloss bringt den König und sie wollen haben den König soll rück geben dort alle Menschen sollen bloß den König anbieten und den König fällt hat so ein gebot oder so ein gezaatz rück bringen dort alle zullen bloß am anbieten und sie denkt vielleicht noch an wird Daniel von Gott er hat oder wird Daniel das und merkt dass ihr boot und die andere wird jen Daniel werden das läht freden sich jau wat wird nun mit Daniel passieren so wir seien auch willst das ihr schritt gekommen was Daniel dann det he hält auch dort wieder dort he Gott na me eind hat he Gott na me eind willst die da schein werden willst er alles horen was am fehlend er wie Gott na me eind in sein leven nu walt de könig dat je baut ruit javt dat ze bloß arm saan anbäden Daniel bleft wie dort wat er eerst eit hof dat klo wat am a passiert got as nama eind an me leven ek wo mi ab den herren verlooten dat hof he ganz klo an sin leven wat dat niet zo'n gaura moment rame am gero saas so Daniel wat man kelefes hier schmetten dat wie dat gebaut wat de könig had unger schreven en dat wat he dat uber Daniel hafde klo he verlaat zich ab den herren en wie weet in de geschech wat die passeren dat got rat Daniel du ook bij de leves en wat passiert an den könig sin leven wanne wir die geschichte wieder lesen den nächsten dag tidig sem mares kem de könig nur dat lach wo sie Daniel hanei schmetten en he raubt du de angst sag dat du he raubt Daniel du knech van den leven gen got haf dien got den die un un los last dienes chen kunt van de leves erleusen tot dat 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 könig raubt dat 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 dan dan Hier sagt der König bloß Wort von einem Gott, Daniel, wo ihr denkt habt. Was für ein Unterschied? Merkt das, wenn wir Gott nicht mehr einstellen in uns Leben. Wenn wir uns ganz verloren haben, in unseren Träumen, in unseren Pläumen, in unseren Pläumen, in unseren Pläumen, in unseren ersten Pläumen und in unseren Leben. Ist das nur an dem Moment, wo uns das gut geht, oder an dem Moment, wo das nicht so schön ist? Weil wir Gott den ersten Pläumen geben, um uns ganz abarm zu verlassen. Was für ein Gott hat Daniel mit seinem ganzen Hort gefällt? Wir haben von dir denselben Gott. Der König uns gerade so beschätzen, dass er Daniel da hat, wenn wir durch schwere Tüden gehen. Daniel hat er ganz klar. Er wird gerade so wieder Gott vertrauen, als er verdenkt hat, weil er das Gebäude rutscht. Er verlassen ihn auf den Herrn mit dem ganzen Hort. Wir sehen auch in der Geschichte, wo diese drei Männer am heutigen Oven einschmetten wurden. Was passiert mit dem Herrn? Sie verleiten sich auch ganz auf Gott. Wenn wir schauen, dass Daniel 3, Vers 7 und 8, da habe ich die Geschichte von dort. Von diesen drei Männern. Und dort sagst du, Vers 7, wenn du das, was du gesagt hast, dann kommt uns Gott, den wir deinen, uns von den heutigen geringen Oven, und von deinem Maag raten. Und er wurde dort, sagt er du. Vers 8, sag ich, und wenn er dort nicht ist, du, wen sollst den König weiten, dort wie nicht wollen, den auf Gott dein, er hat die goldene Gestalt anbeten. So, mir interessiert besonders den Acht hier in der Vers 8, er sagt er, und wenn er dort nicht ist, du, wen sollst den König weiten, dort wie nicht wollen, den auf Gott dein. Und wenn er uns wünscht, von dem, was wir träumen, vielmals erst der anders ist, was wir klonen, und was wir denken, über wer wir danach, Gott, den ersten Platz, in uns Leben haben. Wer wir dann, du, wenn ich, mit sie gehen, und schlechte Dinge tun, sondern wer wir vorschlagen, um Gott. Der ist das Jahr 23, wer wir uns bloß ganz auf den Herrn verlaten, mit uns ganzes Hort. Nun haben wir Gedanken gehört, woran wir uns an der Kapp gerollt, nicht? Wer ist Gott von dir bei mir? Wer ist er bei dir? Was für ein Gott haben wir? Sind wir am Gott dich bei? Er ist er bei uns Nummer 1 in uns Leben? Gott sei gedankt, wenn er die Hauptrolle übernehmen in uns Leben. Wenn wir am Gott in uns Leben haben, er genommen. dass ich hier schon sehe, ich weiß nicht, was dein Traum ist für das neue Jahr, für die nächste Zukunft. Ich weiß nicht, was du geplant hast, Bäder zu merken. Mein Gebär ist, dass Gott bloß Nummer 1 ist an dein Traum. Gott ist, dass er die ganz auf den Herrn verlaten ist, mit ihm ganzes Hort. Wir haben in Lukas Kapitel 5 eine ganz interessante Geschichte von Petrus, wo sie ein Faschen gefahren sind auf dem Wouter. Und sie haben die ganze Nacht geschauft und gefasst und sie haben nichts gekriegt. Sie sind mehr und kaum nur gekannt und sind so zu sein was abgegeben. Ich habe nichts getan. Und dann kommt Jesus nur nur und Jesus sagt, sie sollen nach Hause nach Hause nach Hause ferschen. Frust als Petrus wird frustriert. Frust als Petrus wird gesagt, wir haben die ganze Nacht hier geschauft. Wir haben nichts gekriegt. Ich habe kein Sinn, dass ich in der Heimel fahre. Ich habe kein Sinn, dass ich in der Heimel fahre. Wenn ich glaube, dass ich dort reise und redenke das, dann fällt einem be, dass Jesus es bezieht an. Dann sage ich dir, ob ihr wut, weil ich dort nicht für einen Schritt schmied. Ich weiß nicht, was in deinem Leben Hast du auch Momente gehört, in deinem Leben, diese das können sein? Wir haben kurz geprüft, diese Arbeit zu tun, und das schaust euch, behaupt nicht, haben keinen Fisch gekriegt, wenn wir nicht abgeben, wenn wir das Petrus gesagt, ab den Wut werde ich dort nach heimel aus schmieden. Wenn wir uns ab den Herren verloten, in Arm vertrien, haben, erleben, wenn wir nicht anders als viel muss, wir denken über Gott, weil uns dächtet, ja, 20, 23, große Dinge begehen lohnt. Wir wollen sein, wo Gott in unser Leben geschaffen hat. bloß noch einmal zum Schluss möchte ich Sprüche treu vor Fiefen Saß ans noch einmal lesen, in method möchte ich schlitten in das Widerkern über nur denken. Sprüche treu Fiefen Saß verlud die ab den Herren von ganzen Horten und verlud die nicht ab den Verstand sondern gedenk und arm und all die weh so wird die reich füren und all an the way sagt das Fall du uns ab den Herren verluden nicht bloß an dem Moment wo das passen wird wie eins mal so denken das passt sondern an alle an the way uns ab den Herren verluden dann wird die reich füren sagt uns diese Falsen hier wenn wir noch beten simulischer Fuhrer wir danken dir für den Wut her dank dir für jeder einer wer hier ist von dem her wenn wir uns mit das gedanken von hier gehen uns ab die verloten her ich bete uns den kauf geben dass wir wirklich machen können ans ganz ab die verloten her musst du uns bloß füren auf dem großen Waag dass wir wirklich dir füren durch das Jahr 2023 träum er ich bier dienen sehen ab unsere träume und wir haben die Eier und das Traum was wir haben das frische Jahr her wir freuen bloß für jeden ein durch die jeden ein wursch reich dich bis in Läden am besonderen Waag Amen So Dankeschön Herren für die Botschaft und die Danken bringen von uns verloten ab den Haaren Wir haben ab stunden in fahr wie das Schloss Leit sing Wir haben noch einmal den Chorus von der Leute Oles Jewe Kahn Oles Jewe Kahn Alles für mein Herr den Herr Lord Oles Jewe Kahn Oles Jewe Kahn Oles Jewe Kahn Oles Kahn Oles Jewe Kahn Oles Jewe Kahn Dann haben wir nach dem Schloss und Leute singen Zehntausend Gründe Komm und lobe dem Herrn meine Seele sing Mitte den König an Sing wie niemals sofort nur für ihn und bitte den König an Ein neuer Tag und ein neuer Morgen und wieder bring ich dir mein Lob was auch vor mir liegt und was immer auch geschehen macht lass mich noch singen wenn der Abend kommt komm und lobe den Herrn meine Seele sing bitte den König an sing wie niemals so vor nur du hör ihn und bitte den König an du liebst so sehr und vergibst geduldig schenkst gerade Trost und Barmherzigkeit von deiner Gitte will ich immer singen 10.000 Gründe gibst du mir dafür komm und lobe den Herrn meine Seele sing bitte den König an sing wie niemals so vor nur für ihn und bitte den König an und wenn am Ende die Kräfte schwinden wenn meine Zeit angekommen ist wird meine Seele dich weiter freise 10.000 10.000 Jahre und in Ewigkeit komm und lobe den Herrn meine Seele seh bitte den König an sing wie niemals so vor nur für ihn und bitte den König an sing wie niemals so vor nur für ihn und bitte den König an Gott wie komm fertig bedank dir für die tid wir von dir hat kan topan wo wir können von deinem Wort hören wo wir können stemmen abheben und die loben und presen Dankeschön dass du warst mit uns hier warst und haupt uns diese Botschaft an an zu mit und alles was wir tun wir können erst die 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 am stehen an uns heraum schieben und dass wir uns verluten und vertrauen auf die Sehner die wir hier gehen und sie mit uns auch durch diese Werk in Jesus sin Amen 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 Amen